Hallo, ich bin Markus und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie ihr die Vorverkaufsoption mit Vorteilscodes freischalten könnt. Wir sehen nun bereits hier das Event, was erst in vier Tagen und sieben Stunden mit dem Vorverkauf beginnt. Es ist so eingerichtet, dass die entsprechende Zeit darauf steht und wir möchten jetzt aber hier in den Tickets in der Veranstaltung, dazu geht ihr zur Veranstaltung, wählt dann das entsprechende Event aus, geht zu Tickets und geht dann zu dem entsprechenden Ticket, das ihr bereits früher anbieten möchtet, geht einmal hier auf Bearbeiten und ordnet über Specials dann den Vorteilscode oder alle Codes diesen Preis zu, speichert das Ganze einmal und geht dann in der Veranstaltung zu Gebühren plus Accounting und aktiviert hier die Presale Option. Klickt dann einmal auf Save und könnt nun hier im Shop einmal das Ganze neu laden. Wir gehen dann auch hier auf den Button und geben dann hier oben unseren Code ein. Wir geben diese ein und wir sehen nun, dass bereits der Vorverkauf freigeschaltet ist und wir können jetzt hier bereits Tickets für diese Veranstaltung mit diesem Code kaufen und somit einen Zugriff gewähren, der schon vor Beginn des normalen Vorkaufs einen Verkauf ermöglicht für gewisse Gruppen oder für gewisse Berechtigungen. Falls ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden.